Liebe Omerklick-Freunde, der Garman Salon in Düsseldorf ist schon lange Vergangenheit und während dem Salon habe ich die Firma Garatec besucht. Dort war der Kai Stüwen. Er erklärte mir ein neues System von Vodafone Automotive und zwar ging es da um eine Alarmanlage. Alarmanlage wenn man hier auf so einem Stellplatz wie hier in Osterhöhnenfeld der neue Stellplatz steht, dann wird man das wahrscheinlich weniger brauchen, aber wir fahren ja in gewisse Länder, wo halt alles ein bisschen unsicher ist. Um uns da zu schützen, eben wie gesagt ein tolles System von Kai Stüwen erklärt. Hallo, grüß dich. Freut mich dich hier zu sehen, den Mann, der erklären kann, wie man ein Auto richtig absichert. Du hast da eine Karte in der Hand. Ja, das ist eine sogenannte Drivers-Karte von Vodafone Automotive. Das ist ein Add-on zu einer sehr clever gemachten Alarmanlage. Vodafone bietet eine Alarmanlage für die Wohnmobile, neu jetzt für den Ducato und die kann man erweitern mit so einer Driver-Karte. Die Alarmanlage, da gibt es auch schon ein Video von mir vom Internet, funktioniert perfekt für dieses Fahrzeug, weil sie zusätzliche Innenraum-Sensoren hat. Das heißt, alle Fenster werden über die Innenraum-Sensoren abgesichert und diese Alarmanlage hat mit dieser Karte noch eine zusätzliche Wegfahrsperre. Und was für mich ein ganz großer Vorteil von der Alarmanlage ist, ich kann mit dem Hans dann einen Panik-Alarm auslösen und in Verbindung mit der GPS-Ortung werden meine Angehörigen, mein Nachbar benachrichtigt. Das heißt, wenn jemand in dem Fahrzeug schläft, ich höre nachts irgendwas, kann ich Panik-Alarm ausmachen, kann also relativ beruhigt in dem Fahrzeug schlafen. Oder wenn jetzt mein Angehöriger das Fahrzeug zum Brötchen holen, zum Beispiel verlässt und irgendwas kommt mir komisch vor oder mir geht es gesundheitlich gut, drücke ich einmal auf diese Karte oder auf den Handsender, der im Lieferumfang dabei ist und mein Reisepartner kriegt sofort einen Anruf. Also ein total schlüssiges Konzept für das Fahrzeug. Und jeder, der sich hier, sage ich mal, so ein Auto 50.000 Euro aufwärts kauft und so eine lange Wartezeit nimmt, der sollte sich auf jeden Fall so eine Alarmanlage kaufen. Die kostet 300 Euro plus die Zubehörteile, ist innerhalb von drei, vier Stunden in unserem Fahrzeug integriert. Je nach Umfang kann es auch mal ein bisschen länger dauern. Also ich kann nur wirklich jedem empfehlen, sich so eine Alarmanlage von Vodafone einzubauen. Ich mache das seit 25 Jahren, meine Kunden haben noch niemals einen Verlust hinnehmen müssen. Also so ein Ding bitte kaufen, Kaufempfehlung von mir. Aber es kann ja nicht nur dieses Teil sein. Ne, wir gehen mal ganz kurz hier rüber. Ja Markus, wir haben hier das Produkt, das ist die Ducato-Alarmanlage, die man so komplett kaufen kann. Was ein bisschen für das Wohnmobil gemacht worden ist, ist dieser einfache Kippschalter. Hier kann ich die Innenraumsensoren abschalten, wenn ich drin schlafe oder einen sehr, sehr großen Hund zum Beispiel habe. Und hier ist der Wasserfeste oder Spritzwasserfeste der Handsender. Den benutze ich jetzt zum Beispiel bei meinem VW-Bus immer. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, lasse ich die anderen einen ganzen Trödel im Auto und benutze jetzt nur den Handsender. Und mit dem Handsender kann ich auch einen Panikalarmen auslösen. Das heißt, wenn ich im Auto bin, hier zwei Sekunden drauf drücke, bekomme ich einen Anruf. Und wenn ich zusätzlich das GPS-Modul nutze, da ist sozusagen, das ist wie ein kleines Handy, was verbaut im Fahrzeug ist, das überwacht ist, wie ein normales Ortungssystem im Auto auch schützt. Aber das kann auch einen Anruf generieren. Das heißt, dass meine Angehörigen benachrichtigt werden, wenn ich hier einen Panikalarmen auslöse. Und das gibt mir natürlich immer die Sicherheit, dass ich unterwegs bin, dass ich weiß, dass meine Wertgegenstände geschützt sind. Und die Kunden, die wir haben, die wirklich traumatisiert sind, weil sie ihren Urlaub abbrechen mussten, weil sie ausgeraubt worden sind oder sich von der Polizei am Stich gelassen gefühlt haben. Und wir machen dieses Wohnmobil-Thema jetzt auch noch nicht so ewig lang. Ich komme eher aus dem Kfz-Bereich. Aber wenn ich sehe, was da immer für Geschichten dahinterstehen und dass die Leute im Grunde genommen ihren, ich sage mal, Lebenstraum haben mit so einem Fahrzeug und auf große Reise gehen wollen, um es, ich sage mal, zu genießen. Und dass das einfach diese Unbeschwertheit verloren geht. Ich kann nur wirklich jedem empfehlen, das bisschen Geld in die Hand zu nehmen, weil es wirklich eine schlüssige Lösung ist. Geringen Stromverbraucher, das ist ein Konzept, was wirklich gut in die Autos passt. Und dann muss man sagen, wenn man jetzt einen Ducato hat und wechselt den auf einen Sprinter zum Beispiel oder auf einen Iveco, kann man die Alarmanlage wieder mitnehmen. Weil man spielt halt immer die Daten von dem Auto nur ein. Und das macht das Ding auch total nachhaltig. Mich faszinieren hier ein paar andere Dinge, nämlich erstmal der Charakter dieser Alarmanlage, weil das ein Automotive-Zulieferer ist. Das erfüllen die wirklich alle Erfordernisse, die zum Beispiel auch Toyota, Rolls-Royce hat, BMW hat, VW hat. Die liefern in die Autoindustrie. Die Alarmanlage braucht nur 8 mA Strom, das ist nichts. Das heißt, ihr könnt jahrelang die Alarmanlage im geschärfen Zustand im Auto lassen und wirscht euch nicht die Batterie leer. Die hat eine wasserfeste Sirene, das ist eine Funksirene. Ihr müsst nichts an dem Auto kaputt machen, macht das für die Installation auch relativ einfach. Und hier ist ein 1,3 Ampere Akku drin. Die Sirene ist wirklich pervers laut. Mein Kameramann David hasst die wie die PES, weil die wirklich so laut ist, wenn die Diebe jetzt kommen und wollen hier sabotieren, den Stecker abziehen. Das Ding ist so höllenlaut, das Ding läuft weiter, das finde ich super. Und was ein riesengroßer Mehrwert ist, ist diese Driver-Karte. Die gehört nicht zu der Alarmanlage dazu. Das ist ja zum Beispiel, was ihr den Porsche im Ausland kauft, ist so ein Ding dabei. Das ist eine wechselcodierte. Das heißt, die hat eine viel, viel höhere kryptische Verschlüsselung wie so ein Viertenschlüssel oder ein Mercedes-Schlüssel. Das heißt, den kann man nicht einfach verlängern oder klonen. Der wechselt seine Frequenzen immer. Und die Alarmanlage ist nicht nur eine Alarmanlage mit dem Innenraumschutz, mit den Türkontakten und den optionalen Funksensoren und dem GPS, sondern mit der Karte. Hier auch die kostet 60 Euro das Stück. Könnt ihr bis zu vier Stück anlernen an dem Fahrzeug. Eine richtige Wegfahrsperr. Das heißt, wenn der Dieb jetzt kommt, hat sich in der Werkstatt, es geht ja heutzutage so einfach, so einen Viertenschlüssel nachzumachen. Und das ist kein Problem von Viertens, das haben alle die Autohersteller, dass sie so eine Onboard-Diagnose, so einen Stecker haben, die halt schnell einen Schlüssel nachlernen können. Das heißt, ihr kauft euch irgendwo einen gebrauchten Wagen oder einen Neuwagen und in der Werkstatt hat einer ein bisschen zu viel kriminelle Energie, dass sie das im Handumdrehen klauen oder die Frequenz probieren. Aber diese Karte, die kann er nicht probieren, die benutzt ihre Frequenz immer nur einmal. Liebe Wummerglück-Freunde, ihr habt gehört, der Kai mit den Informationen. Und jetzt könnt ihr das bei Garatec bestellen, wenn ihr Interesse habt. Bis bald, wir sehen uns wieder mit einem gesicherten Fahrzeug. Bis bald, wir sehen uns wieder ¡szybido!